Ah, Kameramagier, dieses Preset hat so viel Swag und so viel Lichteinfall, dass ich sogar meine Brille aufsetzen muss. Nein, Spaß beiseite. Das ist eins der krassesten Templates, die ich je gebastelt habe. Und das als Trainingspreset für dich zum Angucken und zu verstehen. Dabei kannst du Dinge entdecken, wie zum Beispiel Shader funktionieren in Fusion, also Materials. Wie du richtige Reflektionen bekommst von deiner Umgebung und natürlich auch, wie du den Neon-Text leuchten lassen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Trainingspreset und wie du es anwendest, ist natürlich für dich höchstwahrscheinlich schon klar. Du lädst dir einfach das Settings-File runter, holst dir eine Fusion-Komposition in die Timeline und droppst das Ding einfach da rein. In die Node-Area. Ja, ich würde dir empfehlen erstmal mit einer geringen Resolution loszulegen, also sowas wie 720p, weil das ist schon ein bisschen renderintensive Szene. Jo, ich wünsche dir viel Spaß beim Erkunden des 3D-Raums und denk daran, wir werden hier bald anfangen mit dem 3D-Kurs in Fusion. Und wenn es schon soweit ist, wenn der angefangen hat, der kostenlose Kurs, dann findest du den da oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.